Putin hat gehofft, uns mit dem Abdrehen des Gashahns erpressen zu können. Doch auch da hat er sich verrechnet, sagt unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Was er übrigens auch gesagt hat, und ich weiß, dass die Gefahr groß ist, dass er das vergessen hat, die Sanktionen dürfen uns nicht härter treffen als die russische Führung. Schauen wir uns das mal an, oder? Und ich weiß jetzt schon, bevor sich die Mehrheit im Detail diese Grafik anschaut, sehen sie in Rot, die sind böse Namen Sarah Wagenknecht. Und auf einmal ist diese Grafik oder allgemein diese Info schon wieder in der rechten Schublade oder gilt als Schwurbelei. Aber soll ich euch was verraten? Die Quelle ist Goldman Sachs. Deswegen lohnt es sich doch mal genauer hinzuschauen. Machen wir das mal. Interessant, oder? Also ich bin jetzt kein Ökonom oder so, aber wenn ich mir diese Grafik anschaue und wie gesagt, die Quelle ist Goldman Sachs, dann merke ich ziemlich schnell, dass die Deutschen beim Wirtschaftswachstum gesunken sind, während die Russen beim Wirtschaftswachstum gestiegen sind. Und was sagt uns das jetzt aus über die Wirksamkeit der Sanktionen? Ja, sie wirken. Aber gegen wen eigentlich? Gegen die Russen? Gegen uns? Wahrscheinlich er, oder? Und was hat Scholz nochmal gesagt? Die Sanktionen dürfen uns nicht härter treffen als die russische Führung. Hm, Herr Scholz, ich würde mal behaupten, Sie haben Ihr Ziel verfehlt. Wären Sie ein Ehrenmann, und wir wissen alle, dass Sie das nicht sind, dann hätten Sie schon längst Ihren Rücktritt bekannt gegeben. Aber so machen wir einfach weiter, weil das beste Deutschland ist anscheinend noch nicht gut genug, oder? Nein, ich würde mal nicht mehr, weil Sie dann günstige Fragen, Sie haben es schon größer. Und hier, das ist schon mal sowas. Untertitelung des ZDF, 2020